Ich will vor allem fit sein, das ist mein größtes Ziel, und dann langsam in meine alte Form kommen, das ist natürlich das größte Ziel. Natürliche Offensive, flügelich ist meine natürliche Position. Was gefällt mir? Ja, es gefällt mir sehr. Wir spielen sehr schönen Fußball mit guter Kombination. Wir haben viele junge Spieler dabei, sind technisch gut, sind schnell, und das ist auch Fußball für mich, glaube ich. Ich schaue nicht so lange in Zukunft, aber mit Salzburg habe ich fast alles gewonnen, nur Champions League habe ich noch nie gespielt, das ist auch das größte Ziel. Was ist das wichtigste Tor? Nein, das wichtigste Tor kommt noch. Was ist das wichtigste Tor? Ich mag alles. Ich kann nicht sagen, was mein Lieblingsessen ist, aber alles einfach. Schnitzel, Wiener Schnitzel mit Pommes. Ich spiele keinen FIFA Soccer, ich bin kein Playstation Fan. Wenn, dann Xbox, aber nicht so oft. Ich bin nicht so oft. Ich kann einfach mal-, Ich bin nicht so oft. Vielen Dank.